In diesem Video werden wir Barcode-Label von QR-CodeFund entwerfen. Die APU Barcode Software hat zwei Panels, Barcode-Einstellungen und Barcode-Planung-Blick, wählen Sie Art und Barcode-Schriftart. Typ Barcode-Wert, Kopf- und Fußzeile. Von hier wählen Encoding-Modus, Version und Eckebene. Passen Sie die Größe Ihrer Barcode. Hier finden Sie Einstellungsmöglichkeiten sehen können. Können Sie Ihre Barcode nach Ihren Wünschen einzustellen. Wenn Ihr Etikett hier Anforderungen benötigt, weitere Vorbeinformationen über Barcode-Etikett. Sie können in Barcode-Planung ansehen, entwerfen, stellen Karte-Eigenschaften. Wählen Sie Barcode von Zeichenwerkzeugen und doppelklicken Sie darauf. Wählen Sie Typ und Barcode-Fund. Typ Barcode-Wert, Kopf- und Fußzeile. Jetzt können Sie Größe, Farbe und Schriftart Ihrer Barcode-Etikett anpassen. Wählen Sie Text und Art. Stellen Sie Schriftart Ihres Textes. Hier können Sie sehen, verschiedene Zeichenwerkzeuge. Im Bild-Tool können Sie amt der Bild durchsuchen und Sie können mehr als ein Barcode auf dem gleichen Etikett hinzuzufügen. Sonderformen erhältlich. Von hier aus können andere Bibliothekbilder hinzufügen. Der APU-Werkzeug bietet außerdem einige Funktionen zu verbessern. Sie können Liste der Barcode mit Stapelverarbeitung Serie zu generieren. Hier können Sie Datenblatt als Excel-Datei und Text-Dateiformat importieren. Sie können auch Datenblatt exportieren als Excel-Datei und Text-Dateiformat. Im My-Funktion können Sie Barcode-Etikett erstellt senden. In Druckoptionen gibt es zwei Modi. In vordefinieren Etiketten können Sie nach verschiedenen vordefinierten Marken drucken. Hier tausende von Produktmodell für jedes Etikett der Marke zur Verfügung. In den nutzdefinierten Optionen können Sie die Druckeinstellungen nach Ihren wünschen. Wenn sie manuell gedruckt werden soll, auf Set-Druckeinstellungen. Klicken Sie auf die Schaltfläche Drucken. Hier Barcode-Etiketten gedruckt werden. Wenn Sie mit Hilfe von Laser-Drucker drucken möchten, stellen Sie die Druckeinstellungen nach Ihrem Etikettenbogen. Klicken Sie auf die Schaltfläche Drucken. Hier Barcode-Etiketten beim Drucken und sofort einsatzbereit. Danke für Ihren Besuch.